Die zu veräußernde neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin. Die Wohnung wurde 1996 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Parkplatz. Die Wohnfläche von ca. 72 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 369.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.